ok hallo an der survivors da draussen, das ist jetzt der modus survivor waiting for host, ich bin mal gespannt jetzt hier ist das... das ist der letzte modus in der liste und ja mal sehen stay alive and come in survival ops so ollie bist du da? ja ah ok ich hab mich jetzt immer aus dem modus gefangen das stimmt ich hab ein smart gun aber was machen wir jetzt hier? schon irgendwie einfach noch was zu reifen oh da ist ein geger aber ich hab dich gekillt, oder? ich hab da keine Kille, äh schlussbefehl ich glaub ich ja klar ich hab die shotguns zu uns geben, die Higgs shotguns oder wie die halt hier ich hab dich geklutzt wo müssen wir denn hin? wo müssen wir hin? ich hab keine ahnung ich hab keine ahnung ich hab keine ahnung hier lang na ich denke, der flieg ist unser Ziel ne? jao, ich sehe grad auch Kann man hier oben vielleicht rüber? Kann man? Ja, kann man oben schon mal rein. Oh, die Schottkantel macht so aus. Warnschott gegen die Elgin ist richtig overpowered, man. Good work, Marines. Get to the next one. Ah, ich hab die Tür überflossen. Das war glaube ich unser Ziel. Wird die Wien hier kommen, oder? Kann sein. Shut that damn door! Genau, ich hab's mal rausgehauen. Oh, jetzt? Oh, jetzt? Jesus! How many of them are there? Ich weiß, was die sind dran vor. Oh, ja. Oh, ja. Well done, let's move! Ah, das ist ein Kilo, du Scheiß, oder? Oh, wie der muss denn? Ich muss nicht gehen. Ich habe mich eben gerade die erste mit dem Chey. Wie kann man da oben drauf drücken? Was halt einfach mal? Ja, ja, ja. Da kann man hier auch keiner mehr weit, oder? Ich sehe sie nicht. Weißt du, geh doch mal wie möglich alle auf... ...und zwar hier raus. Wir haben aber keinen Auftrag. Wir stehen da auch gar nicht gegen. ...und zwar nicht gegen die Aliens, oder? Ich habe gerade aufgeschweißt, oder? Ich habe gerade aufgeschweißt. Ich habe gerade aufgeschweißt. Ich habe gerade aufgeschweißt. Von der Seite, Oli. Von unten. Wo ist einer da und wo ist der da und... Warum ist er da draußen? Ja, selber schuldet, ey. Okay. Was ist denn das hier? Oh, wir sind direkt hier für 10. Oli, mal raus! Okay, hast du. Mein Gott, die ist echt da. Oli, da ist einer! Habe ich. Nicht. Habe ich. Nicht. Habe ich. Da kann man zwei aufgerutschen. Da kann man ihn in die Ecke stellen, oder? Da kommt einer, da kommt wieder einer. Was? Was? Was haben wir ab? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade geschafft habe. Ich bin sicher. Schon ein bisschen Camperei. Auf jeden Fall, 3.10 Minuten. Ungefähr vorbei. Die kommen von überall. Ich kann nicht sagen von wo, überall. Die kommen von überall. Die kommen über den Seiten gespoken oder von oben. Oh! Was kommt denn denn der? Da kommt einer! Ohli! Oh, ich bin tot. Scheiße! Du kannst mich gleich wieder beleben, wenn du das hörst. Thanks. Da kommt wieder einer. Von oben oder so. Thanks for the help. Reloading! I owe you one. I owe you one. Habe ich mal mit dem E-Mail gesagt, oder? Ich weiß, wir sind mal wiederbelebt. I owe you one. Yo. You've got 30 seconds, Marines. On your toes. Was ist das? Ich habe es einfach nicht überleben. Die kommen von unten wieder. Ich habe einen neuen killen und kein hurry. Guck mal. Ich habe mir neu. Jetzt sind wir aber Das Team hab ich nicht verbockt, mach mal kurz Nein, alle haben uns für den ein Kill gemacht Also wir sind ganz verlaufen Das stimmt Ja, versuch mal Ich hab gerade Kamera 2, hast du auch Kamera 2? Ja Dann fangen wir denn nicht an Vielleicht haben wir jetzt noch eine Chance Wir haben Zeit oder so Okay So was haben wir hier reinzupfen Jetzt müssen wir killen und verhindern, dass die wiederbelebt werden Ich hab die Hüge auf die Schnauze aber der stirbt nicht Ja, da stehen wir jetzt raus Aber ein Kill zählt auch erst als Kill wenn Schau mal während der Respawn Zeit nicht seinem Kollegen zugucken kann. Das ist irgendwie so blöd. Ich hab ein bisschen kurz, weil wir erst Feiner schlägt. Wir müssen immer so weit zurück, dann muss er einfach rückwärtslaufen. Und ja, du hast irgendwie geblasen, dann müssen wir keine Ahnung mehr. Ich hab wieder in Gold. Ich hab wieder in Gold. Hier ist einer, aber ich kann ihn nicht töten, warum nicht? Ich weiß nicht. Da war irgendwie ein Bug oder so. Der Kollege, die war auf jeden Fall. Wir haben uns geschafft. Wir haben uns geschafft. Das ist doch geil gekommen, oder? Okay. Okay. Na gut, das war's, glaube ich. Und das war, glaube ich, auch der letzte Modus hier für den Multiplayer. Wenn irgendwelche Addons kommen, die wir uns kaufen, machen wir natürlich auch wieder was dazu. Ansonsten, haut da rein. Ciao, ciao. Ciao.